Vor mehr als 1.000 Jahren kämpften die Hüter des Lichts und die Krieger der Finsternis um die Kreide des Schicksals, die unsere Geschicke lenkt. Als keine Seite gewann, wurde ein Waffenstillstand geschlossen. Über Jahrhunderte wurde dieser Waffenstillstand bewahrt von den Wächtern der Nacht. Und wenn sie die Schlacht der Schlachten verhindern wollen, müssen sie das finden, was alles verändern kann. Was ist die Kiel? Das ist die Kiel. Arwa! Arroa! Rächter des Tages Rächter des Tages